jetzt ist er tot ich muss mich sowieso noch mal wieder belegen aber diesmal komme ich nächstes zu meiner leiche hin so alles tot hier irgendein baby ist hier noch am start vor allem diese babys die springen dich einmal an und du bist tot da 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 ja du kleines drecksvieh das ist halt so hardcore war das bei uns nicht als wir das gespielt haben ja wir waren auch wieder babys da siehst du da wo ich hinleuchte recht ich verstehe nicht wieso dass man ab und zu auf einen schlag stimmt und ab und zu kommen sie fünf mal wieder belieben oder so was achtung da ist noch ein baby das ist jetzt gerade hinter den stein hier kann man sprengen ja das muss jemand von euch machen weil ja weil der fahrzeug geht ja nicht ja ich noch läuft ja irgendwie habe ich woanders gesprengt als ich wollte oh gott ich höre doch schon wieder welche ich komme in der tor was zur hölle muss hier hoch dampen da sind sie da sind lockt sie ins wasser die müssen ins wasser kommen ja ja genau jetzt auf einmal sonst sind die er tanzt da rum die sind sonst immer so ins wasser gesprungen wie die behinderten vor allem ist jetzt geil wenn du versuchst rauszugehen hauen sie dich sofort um ja vor allem normalerweise müssen die locker ins wasser reinspringen ja 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 haut euch gegenseitig alle ja das regt mich gerade so auf ja da kannst du das mit musiklaus nämlich auch vergessen das ist wie als würden die gegen eine unsichtbare wand rennen ja guck ja ich habe ihn einmal geschlagen und er hat mich einmal geschlagen aber ich habe keine medizin mehr und habe nur noch hälfte leben jetzt ja 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 man hier auch irgendwo hoch um medizin zu nehmen oder so ich glaube nicht vor allem guck mal wie die gegenden wand rennen das ist lächerlich ehrlich vor allem finde ich lächerlich dass man sich nicht quippen kann im wasser ja deswegen das wollte ich jetzt auch machen das problem ist man kann halt auch nichts hinwerfen weil es halt einfach zu weit weg ist die stehen halt immer noch da ich darf mir so im dunkeln runter geht nicht rein gar nix bis es dunkel ja ja und da stehen die affen älter ganz ehrlich ja aber der eine schläft siehst du das na jetzt nicht man kann sich aber auch hier nirgends hochglitschen so an der seite wo habe ich mich hingeklitscht wo bist du hast du das gerade gesehen mal auf den stein und versuch mal da hoch zu klitschen wie du dann springst so auf einmal wie habe ich das gerade gemacht ich sehe gerade kann du kannst dich so leicht der eine hat den anderen umgebracht ich stehe hier oben ja ich jetzt auch musste ich Achtung 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 nicht schubsen die sind tot jetzt bei der läuft alter so spielen die pros alter ja cheater meinst du wohl ach so willst du lieber dich wieder in das kleine loch da reinsetzen und warten ich weiß es auch kein wasserloch da wehe das lohnt sich jetzt hier nicht ist es nicht das mit den koffern und ich dachte gerade dass die ecke mit musiklaus wo der hier gebackt ist das ist die ecke das ist die ecke was machen eigentlich die beiden ich muss mich gerade übel konzentrieren ich kann halt absolut nichts machen weil ich wieder nichts anzünden kann doch jetzt geht es wieder was auf was gefahren das hochkletter gott ich habe es wieder runter ins loch geschafft siehst du musiklaus schon ich mach mal vorsichtig die taschenlampe an hallo hallo warte lass mal hier erst ein lagerfeuer machen bevor wir den hierher locken ja ich würde sagen wir machen hier direkt zwei nebeneinander ja aber so dass wir noch vorbei können und eins hier so da wo du stehst ungefähr machst du das ja mach du auch mal was genau hier ist kein musiklaus macht mir ein bisschen angst ich höre ihn laufen mit seinen eklischen füßen da dieses krabbeln dieses krabbeln da ist ja es cool ja komm wo denn ja komm der hat gar keinen bock auf mich gibt es da bloß einen weg in der hülle oder wieder mehr als super wäre wahrscheinlich gerade völlig freundlich aber er packt wieder wie beim letzten mal richtig gut wir haben hier ein lager fern der kommt hier nicht durch weil der hier fest also ich habe so einen kleinen sport in der wand gefunden hat sie dadurch schwimmen auf ins wasser der kämpft gegen den stein hat keinen bock mehr angezündet zu werden hat er hat mich auch hat er uns beide gleichzeitig da waren wir wieder zu neugierig ist jemand bei er ist auch tot er ist auch tot ständig gerade hintergrund ja dankeschön der vorteil als real life ankloppt kann mir irgendwer mal medizin geben also ich habe noch eine jetzt ja dann warte mal an die wicher medizin weil ich habe jetzt ach so du bist stehst ja schon neben ihm okay ich habe auch nur noch zwei stück moment wie kann ich das auch die schüssel da also die schüssel kraften mit der medizin ich habe jetzt aber nichts gekriegt schüssel kraft mit der medizin so und dann ausrüsten oder wie ja okay jetzt sieht man die medizin auch da drauf ja dann würde ich sagen machen wir hier auch mal ein päuschen können wir hier ein ding bauen schädter damit wir auch mal speichern können wenn wir alle genug sticks haben und sowas ja mehr baut danny hat schon so ein stick fehlt hier wer baut da hinten irgendwer da ja hier könnt ihr die sticks wieder aufheben dann speichert man alle